Ich, Vigo, die Geißel der Karpaten, das Leiden von Bavaria, ich befehle dir. Ja, befehlen wir, Herr. Man sollte sich überlegen, ob nach neun Monaten nicht fast automatisch der geimpften Status nicht mehr gelten kann. Das sollte man bitte dringend prüfen. Wir müssen jetzt als einzige echte Chance, die wir haben und die uns bleibt, ist vor allem impfen, impfen, impfen. Deswegen ist wichtig, die Drittimpfung voranzubringen. Aus meiner Sicht, in Israel wird es ab dem fünften Monat gemacht, mit mittlerweile großen Erfolgen. Man kann nur empfehlen, so schnell wie möglich das zu machen.